hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu diesem letzten paint with me 2023 wir haben heute den 26.12 ich nehme das alles ganz spontan ab weil ich hier gerade ein bild gestartet habe von kuhdeals und zwar das schloss neuschwanstein ich zeige euch mal eben das ist das bild schloss neuschwanstein mit einem regenbogen das ist ein herzensprojekt von mir weil ich damals mit meiner familie an diesem ort war als mein vater noch gelebt hat und ich glaube ich war 15 irgendwie sowas ja also wir besprechen heute mal und lassen wir das ganze jahr revue passieren was ist so gelaufen warum habe ich dieses jahr so wenig content gebracht was ist mit meinem kanal wie geht es weiter was habe ich geplant ja ich würde einfach mal sagen wir paint das schiffchen ist von stefan flieger das habe ich euch glaube ich schon vorgestellt vor ein zwei monaten ich benutze dazu diesen kleinen müllbecher für die schrottsteinchen auch von stefan flieger und ja mein meine umschütthilfe dazu einen selbstgemachten sensi wachs ja mit dem luftschimmer sind durch wachs von mir wir machen einfach mal 2023 also ich selbst bin froh wenn dieses jahr rum es war nicht so ganz mein jahr ich weiß nicht hatte viel depressionen ich hatte viele löcher in die ich rein gerutscht bin ich war unmotiviert ich hatte einfach keine lust zu paint zwischendurch wirklich gar keine lust ja der kanal da hat man es dann gesehen es kann wirklich wenig content ein zweimal die woche mal videos manchmal wandert waren es dann wieder mehr manchmal gar nicht manchmal zwei wochen keine videos es ist einfach so wenn man in ein loch fällt ich glaube die meisten von euch kennt dann fällt man ins loch und dann braucht man eine ganze zeit um wieder rauszukommen da können freunde auf einen einreden und sagen alles wieder gut das bringt nichts man muss es selber wollen man muss selber rauskommen wollen mit therapie oder mit ein bisschen entspannung ein bisschen abschalten einfach mal alle vier gerade sein lassen ja also mit meinem shop lief ist dieses ja nicht ganz so gut ich meine ich habe verkäufe gemacht ich habe auch kunden ich habe auch stammkunden aber ich habe es immer noch nicht gebacken gekriegt eine homepage aufzubauen ich bin einfach nicht ja ich bin einfach nicht gut dran also wenn es einen unter euch gibt der sowas kann ich würde mich freuen wenn ich da hilfe bekommen ansonsten lassen was so wie es ist und ihr könnt natürlich bei mir privat jederzeit was bestellen das ist alles kein ding so wie immer ich habe auch viel mit riesen gegossen dieses jahr ich habe gelernt wie man das macht habe es umgesetzt wir haben dieses jahr noch zwei kleine katzen dazu bekommen wir haben insgesamt drei katzen also die lilly die große und zwei kleine die sind jetzt sechs monate alt lilly wird neun und ich muss sagen tierarzt rechnungen waren wirklich sehr teuer eine muss ich noch abbezahlen und dann sind wir dadurch und dann wird schon die kastration stattfinden im januar von allen dreien ja das wird dann auch normal aber es muss ja sein damit die katzen nicht so darunter leiden was gibt es noch ja ich habe ja wie soll man sagen die motivation verloren zwischendurch und dadurch auch twitch nicht mehr gemacht was ich vorher echt gern gemacht habe ich bin aber gerade in der planung twitch wieder fortzusetzen einmal zum zocken und an bestimmten tagen einfach nur zu painten wieder mit euch zusammen wie vorher auch also ich hoffe ihr seid dann dabei ich weiß noch kein genaues datum jetzt kratzt gerade die katze ich glaube das ist die schnucki die wollen ein wenn die meine stimme hören ja also wie gesagt ich möchte 2024 dazu nutzen diesen kanal wieder explodieren zu lassen und zwar mit videos dreimal die woche ja wo das mittwochs freitags habe ich geplant hoffentlich ziehe ich es auch durch auf twitch wollte ich zweimal die woche live gehen wenn es klappt gib mir doch mal ein paar vorschläge für videos was was hättet ihr gerne was würdet ihr gerne sehen ich weiß dass viele gerne an boxings sehen einige wollen paint with me es wieder öfter sehen das ding ist halt wenn man paint with me dreht dann braucht man auch themen manchmal hat man einfach kein bock zu reden ich habe auch viele kooperationen noch ich habe weiterhin insgesamt 30 kooperationspartner die ich abwechselnd hier vorstellen werde ich werde auch mit resin weiter arbeiten aber wahrscheinlich mit resin rüber gehen zu meinem anderen kanal in kreatives allerlei ich werde hier natürlich die produkte vorstellen aber auf kreative allerlei werde ich dann näher auf die produkte eingehen wie ich sie und hatte ich mir schon mal vorgenommen werde ich 2024 durchsetzen ja also mein ziel ist es 2024 wieder auf youtube einfach die reichweite zu haben die ich schon mal hatte ja ich habe alles einfach fallen lassen habe mich gehen lassen dadurch sehr viel reichweite verloren und ja wie ihr sehen könnt die steine lassen sich super legen ich gehe mal näher ran das ist von kudels das sind keine hartstein oder so aber das ist doch eine der alten leinwände seit kurzem ich glaube seit einem monat gibt es bei kudels diese schönen flauschileinwände das heißt die haben hier so einen absatz so abgesteppt am rand die haben hinten diesen filz und die haben bessere steine ich bin schon gespannt weil die sind schon unterwegs zu mir ihr könnt die bestellen personalisieren oder aus dem shop nehmen es ist jetzt umgesetzt worden dass alle bilder von kudels so eine qualität haben das heißt ihr habt bei kudels die qualität wie bei deinem painting shop karat art und so weiter zahlt aber weniger ich meine ich finde kudels richtig richtig toll ja ich schwöre auf diese bilder da müsste nur noch kommen dass die wirklich lizenzierte bilder haben die lizenzieren lassen dann wäre das wirklich mein allerliebster lieblingsshop das problem ist halt ich lasse mir meistens jetzt sachen personalisieren die ich mit ki erstelle damit ich keine keine künstler irgendwie verletze ja immer gespannt wie das euch gefällt die nächsten bilder die kommen eins davon hat kudels in den shop aufgenommen und zwar die cat comes to heaven ich zeige euch das mal eingeblendet das gibt es bei kudels schon zu kaufen wenn ihr möchtet holt es euch mit ebi stein absolut tolles bild das habe ich erstellt und zwar soll das ich darstellen mit meinem kater der 2015 gestorben ist ja ich dachte mir ich setze das um ich lasse mir das personalisieren und kudels hat das so gut gefallen dass dies behalten haben natürlich kriege ich da kein geld für oder so ich finde es einfach nur schön wenn andere leute dieses bild dann auch painten möchten wenn denen das auch gefällt also wenn euch das gefällt schreibt mir gerne in die kommentare ob ihr euch das bestellen würdet denn ich werde noch ein paar kai bilder machen und die kudel zur verfügung stellen bin mal gespannt wie es euch gefällt ich wünsche euch für 2014 dass alle eure wünsche in erfüllung gehen mögen ich hoffe euer weihnachten war angenehm mein mann und ich hatten hier kein baum stehen mein mann lag flach der war wirklich also dem ging es wirklich sehr sehr schlecht und da wir die kleinen katzen haben die direkt den künstlichen tannenbaum fressen wollten ja hier haben sich direkt an die den ast gehangen und wollten das essen da haben wir den künstlichen baum jetzt erstmal für dieses ist ja weggepackt das bringt nichts nächstes jahr dafür umso mehr bei uns gab es rinderbraten ich weiß es nicht warum die steine nicht mehr kleben bei uns gab es rinderbraten mit rotkohl und klüsin war super super lecker also mein mann hat sich da wirklich krank in die küche gestellt der arme er wollte unbedingt das gericht kochen ich werde meine tür aufmachen die katze rastet gerade draußen aus im moment so und da ich beim letzten mal painten nicht weitermachen konnte mit der filmerei weil die katzen immer ein raus soweit bin ich gekommen und so viel habe ich noch vor mir ich zeige euch das ganze mal hier ist das schloss dahin ist der regenbogen ja also das wird ein richtig schönes bild ich bin gespannt bis jetzt super qualität die steine liegen super macht spaß und ich halte euch auf den laufenden das nächste video wird ein bisschen länger und ich sage jetzt erstmal einen guten rutsch für euch ins neue jahr 2024 wir sehen uns dann mit paint with me mehr als 2023 das werde ich euch versprechen da halte ich mich dran wir sehen uns auch dann wieder mit live streams wir sehen uns mit mehr aktionen ja ich habe mir einige vorgenommen bin mal gespannt ob ich es auch diesmal durchhalte so ich wünsche euch was rutscht gesund rein passt auf euch auf und alles liebe tschüss ja